Wenn du aus dem Haus gehst, musst du begreifen, dass die Welt da draußen nicht neutral ist. Es hat Folgen, wenn man daran glaubt, dass ein Buch über das Leben einer bestimmten Gesellschaft von vor 1500 Jahren das Wort Gottes ist. Hast du eine Affäre mit meinem Mann? Muslim zu sein, wahre Muslim, das bedeutet nicht nur an all das zu glauben, das bedeutet auch dafür zu kämpfen. Schläfst du mit ihm? Dass man euch Tiere kennt, halt einen Kronen. Ich bin kein Muslim. Ich bin Apostol. ALEX Vielen Dank.